Hallo zusammen, ich bin Emanuel, ich bin im ersten Lehrjahr bei der F&H Engel AG und das ist Tanja, sie ist im dritten Lehrjahr. Wir zeigen euch heute einen Einblick in unseren Berufsalltag. Wenn du Detailhandelsfachmann werden willst, dann musst du gut und gerne mit Menschen reden. Du musst gerade nur auf Kundenwunsch eingehen und immer motiviert sein, weil du bist das Aushängeschild vom Unternehmen. Unsere Mitarbeiter kennen das Material gut und wissen, was sie an den Kunden anbieten müssen. Und dadurch können unsere Kunden uns zu 100% vertrauen. Als Detailhandelsfachfrau muss ich neben dem Berater diverse Aufgaben am Computer erledigen, wie zum Beispiel Bestellungen machen. Ich habe mich für den Beruf des Detailhandelsfachmanns Isenware entschieden, wegen Kundenkontakt, weil unsere Produkte immer einen technischen Aspekt haben und weil man sich voll und ganz auf die Beratung konzentrieren kann. Das war ein Einblick in unseren Beruf. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch als Detailhandelsfachfrau oder Fachmann.